Ich spiele American Football und das sind eure Fragen. Muss man groß sein für American Football? Muss man nicht, das kommt auf die Position drauf an. Was macht ein Tidant? Ein Tidant hat eine sehr vielseitige Rolle. Er kann als Pass Receiver agieren, aber ist auch in der Offensive Line involviert. Sprich, bei einem Run Play blockt er dann die gegnerischen Linemen. Welche Position spielst du? Ich spiele als White Receiver. Zeig mal deine Schuhe. Ich hab die jetzt gerade nicht da, aber ich benutze ganz normale Fußballschuhe, um American Football zu spielen. Und wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es unbedingt in die Kommentare.